So, erstmal richtig schön, dass du da bist und vielen Dank, dass ich dich schminken darf. Ich freue mich extrem, die neue Schminke auszutesten. Ich habe mir für dich auch überlegt, dass wir so ein warmes Augen-Make-up machen. Also ich finde, warme Farben stehen dir einfach sehr gut. Gut, genau, dann setz dich einfach dort hin. Wenn du willst, können wir auch erstmal deine Haare flechten. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Du hast so wunderschöne Haare. In drei Monaten kann man sich bei der Make-up-Schule bewerben. Ja, ich werde mich bewerben. Ich bin auch fast fertig mit meiner Bewerbungsmappe. Es sind jetzt nur drei Projekte. Und dann bin ich fertig. Ja, ich hoffe, ich werde angenommen. Dankeschön. . Ja. Vielen Dank. Und wie geht es dir derzeit? Wieso kannst du nicht schlafen? Ah ja, das kenne ich. Ich bin auch so ein Überdenker. Manchmal kann ich auch einfach nicht schlafen, weil ich in manchen Situationen einfach so oft überdenke oder mich einfach ärgere, warum ich mich so verhalten habe. Ja, fühle ich total. Und worüber denkst du so nach? Ich finde, du bist ein unglaublich wundervoller Mensch, wirklich. Und wir brauchen solche Situationen nicht peinlich zu sein, wirklich nicht. Ich finde, das macht dich einfach richtig sympathisch, einfach menschlich. Total. Und weißt du, kein Mensch ist perfekt. Wir alle sind perfekt, perfekt auf unsere eigene Art. Und jeder hat mal so Situationen, wo er sich so denkt, oh Gott, was habe ich gemacht? Oder warum habe ich das gemacht? Das ist völlig normal. Aber du brauchst dich dafür nicht schämen. Aber glaub mir, du bist ein wundervoller Mensch. Und wenn Leute dich nicht so akzeptieren, wie du bist, dann ist halt auch die Frage, ob man wirklich mit denen Freundes sein möchte. Immer. Sehr, sehr gerne. Kannst du mir einmal das Haken wieder vorne ergeben? Dankeschön. So, fertig. Ich finde, die Frisur steht dir unglaublich gut. Nee, noch darfst du es nicht sehen. Erst wenn das Make-up und alles fertig ist. Okay. Dann setz dich mal andersrum. Dann kommen wir jetzt zum Make-up. Dann schminke ich jetzt erstmal deine Augen. Einmal oben zu. Okay. Okay. Einmal hier. Perfekt. Ich muss sagen, die sind ziemlich dickstark. Also die haben eine sehr gute Pigmente am Körper. Sehr schön. Möchtest du einen Eyeliner draufhaben? Ich finde Eyeliner steht einfach sehr gut. Augen zu nochmal. Okay. Ja, ich habe es gerade hinbekommen. Wimbantusche. Genau, das ist die. Das ist die Wimbantusche, die Gefühle jeder derzeit hat. Ich habe mich total beeinflussen lassen. Die ist auch nicht günstig. Also ich hoffe, die ist gut. Testen wir jetzt aus. Und auch nochmal zurück zum vorigen Thema. Hau rum, bitte. Hast du denn generell auf das Gefühl, unsicher zu sein? Weißt du, woher das kommt? Ja. Aber was würde dir denn helfen, damit du dich ein bisschen sicherer fühlst oder generell die Selbstbewusster fühlst? Ja. Das stimmt. Finde ich auch. Ich finde, manchmal nimmt man sich gar nicht so die Zeit dafür, einfach mal so darüber nachzudenken. Meistens haben wir die Antworten wieder auch, du weißt ja ganz genau irgendwie, was dir helfen würde oder wie du dir helfen kannst oder was dir Sicherheit geben würde. Aber auch wie bei mir, manchmal nimmt man sich gar nicht so die Zeit, sich selber zuzuhören. Ich bin auch zum Beispiel mal sehr so nach außen fokussiert, was außen passiert, aber gar nicht so, was in meinem Innenleben passiert. Und manchmal hilft es wirklich, sich einfach hinzusetzen, mal darüber nachzudenken, was würde mir helfen. Ähm, was müsste ich tun, damit es mir besser geht. Total. Ähm, ich muss Sachen auch am Innenarbeiten. Möchte ich auch vor allen Dingen, ähm, mehr meditieren und alles. Das kriegen wir hin. Okay. Ich finde die Wimperndusche übrigens richtig gut. Dein Wimpern. I love it. Ähm, nächstes. Ein bisschen Puder. Bei mir. Also, ich bin ja auch nicht ganz so selbstbewusst. Ähm, und ich gehe jetzt seit ein paar Monaten zum Tanzen. Und es hilft mir extrem. Ich gehe ja eher in eine Freestyle-Klasse. Erst wie eine Choreo-Klasse. Und wir müssen dann, ähm, also wir lernen sozusagen einzelne Bewegungsabläufe. Und diese Bewegung sollen wir dann in unser Freestyle einbauen. Und damit experimentieren. Und wir müssen uns dann in meinen Partner suchen. Und dann das sozusagen dieser Person vorzeigen. Am Anfang ist mir das extrem schwer gefallen. Es war mir so unangenehm, weil ich halt noch nicht so weit bin im Tanzen. Ähm, genau. Und dann muss man sofort zeigen. Und man gefühlt sich aber irgendwann dran. Also am Anfang ist es mir sehr schwer gefallen. Mittlerweile fällt es mir sehr leicht. Ne, ne, nicht leicht. Leichter. Nicht leicht. Ich finde es nur noch schwer. Aber man merkt wieder so, ähm, dass es völlig in Ordnung ist, nicht gut in etwas zu sein. Sprich, wir alle sind ja dort, um zu lernen. Und keiner verurteilt einen, weil jeder weiß, wie schwer tanzen ist. Und wir lernen einfach zusammen. Und das ist irgendwie was richtig Schönes. Ich werde es. Ich werde es auf jeden Fall weitermachen. Ja. Wenn du willst, kannst du auch mal mitkommen. Ja. Wäre cool. Also ich würde mich freuen. Ein bisschen Bruder. Ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen. Dein Lippenstift ist ein bisschen dezenter. Also die Farbe ist relativ ähnlich wie deine Lippenfarbe. Noch ein bisschen dunkler. Einmal. Und auch. Und auch. Ja. So, dein Make-up ist fertig. Ähm, ich habe auch noch ein neues Parfum. Ja, ich war ein bisschen schocken. Ähm, wenn du möchtest, kannst du auch draufhaben. Mhm. Hm. 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 Richtig. So. So. Seinheit mich so ein bisschen noch an Frühling irgendwie. Finde ich auch. Okay. Dann... Dann kannst du dich jetzt einmal im Spiegel betrachten. Tada. Und was sagst du? Will dich auch. Dankeschön. Okay. Bevor du los musst, wollen wir noch ein paar Bilder machen? Okay. Dann. Genau. Ja, perfekt. Genau. Ja, ja, sehr gut. Perfekt, ich schicke dir die gleich. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wie gesagt, nochmal ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Ich hab dich lieb und dann sehen wir uns morgen. Bye.